So, willkommen zurück zu Let's Play Westrocks Games. Ihr wisst ja schon weiter. Heute mal mit Cargo Bridge 2. Ein Brückenbau-Flash-Game. Zumindest las ich das so aus der Beschreibung raus. Hab's aber selber noch nicht gespielt, deswegen gehen wir mal hier auf Start-Game. Okay, hier können wir uns anscheinend ein Level aussuchen. Ah, das haben wir noch nicht. Gut, dann nehmen wir mal das erste. Ah, okay. Okay. Direct to navigate, okay. Next. Alles klar. Wir müssen anscheinend hier eine Brücke bauen. Und haben verschiedene Tools. Egal, will ich nicht sehen. Alles klar, dann, also hiermit können wir die Kamera bewegen. Ah, das ist also Max. Hält das so? Ansehen. Ach, jetzt hab ich mir natürlich nicht angeguckt, wo ich hier Test-Bridge. Klick right to side to go out. Okay. Achso, ich muss die Kiste rausbringen. Ah, alles klar, jetzt verstehe ich das. Zack. Ja, das geht doch klar. Na los. Move. Oh, 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 nein. Nein. Okay, das reicht anscheinend noch nicht. Dann machen wir uns hier mal eine unschabile Monsterbrücke. Zack. Noch eine Verstrebung rein. Not enough funds. Okay. Play. Dann lauf mal. Okay. Fail. Wie kann ich da weg machen? Eraser. Zack. Gut, das geht schon mal nicht. Aber gut zu wissen. Jetzt nochmal. Nein, nicht da lang. Nein. Jawohl. Wollen wir mal hoffen, dass der das jetzt aushält hier. Wenn nicht. Nein. Du sollst doch da lang laufen. Okay. Naja. Nicht ganz geil, aber immerhin geschafft. First Level. Okay, 50 Dollar bekommen. Okay, wir haben jetzt hier 1400 Dollar. Ne, sogar noch mehr. 1000. Ach, ne, das ist ein Score. Okay, next level. Nächste Brücke. Okay. Triangels. To build strong bridges. Alles klar. Dann machen wir das doch mal hier. Wollen wir uns was überlegen hier. Ah, ich hab vor dem Masterplan jetzt. Jetzt mach ich mir jetzt voll die supergeile Brücke hier. Voll die übelst stabile. Ist ja wohl mal klar. Boah, diese Musik, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so schön laut hört wie ich, aber episch, sag ich da nur. Sehr geil, muss ich sagen. Immer dieses dauernde Du, 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 Du. Gefällt mir. Lade ich mir direkt den Soundtrack runter. Ah, unsere Brücke hält's. Jawohl. Muss das sein. Oh, wir kriegen wieder unsere Scores mitgeteilt. 1191. Nicht ganz so viel wie beim ersten Mal. Aber immerhin. Is clicking too slow? Use keyboard shortcuts. Nee, 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 nee. Das wäre ich nicht. So, warte, was ist denn hier? 13 Meter. Machen wir erstmal hier die gerade Bestrebung. Und dann machen wir mal hier so einen Bogen rein. Ach komm, wollen wir einfach mal versuchen. Ich weiß zwar jetzt schon, dass das nicht halten wird, aber... Hier, warum sag ich denn überhaupt? Gut. Das war schon. Not enough funds, okay. Eraser. Egal. Ah, hier auch weg. Komm schon. Kann man jetzt mal versuchen. Okay. Gut. Ist auch egal. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie das Spiel funktioniert. Und ich würde sagen, ihr spielt es jetzt einfach mal selbst. Und ich setze euch wie immer einen Link in die Beschreibung, damit ihr es auch erst spielen könnt. Ist ja klar. Und euch natürlich auch die epische Musik hier reinziehen könnt, die im Hintergrund läuft. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Also, wie das mal Ojехier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.